Willkommen zurück bei Crusader Kings 3 und heute geht es weiter mit unserer Reihe zu den Tierlisten beim Lebenswandel. Und wir schauen uns heute den wichtigen Lebenswandel der Verwaltung an. Der ist ganz darum aufgebaut, viel Kohle für euch herzuholen. Und ich gebe euch meine Einschätzung, so ein paar Tipps dazu, wie man es nutzen kann, warum man es nutzen kann und wie ich es persönlich als gut oder schlecht oder mittel oder super toll einschätze. Habt ihr es noch nicht getan, dann schaut euch die anderen Tierlisten an. Wir haben bisher Diplomatie und die Kriegsführung durchgearbeitet. Und ihr könnt natürlich gleich auch nochmal sehen, wo ich das Ganze eingeordnet habe. Mit den Videos aber nochmal ergänzend schauen, wie ich es denn auch besprochen und eingeschätzt habe. Wie immer könnt ihr eure Meinung unten drunter setzen und mir gerne Bescheid sagen, was ihr denn davon haltet, was ihr von meiner Meinung haltet und so weiter. Aber quatschen wir immer nicht lange drum herum, sondern schauen direkt mal in die Tierlisten hinein. Das momentane Ergebnis, ich hatte ja noch einmal Strategie ein bisschen höher gesetzt. Aus verschiedensten Gründen schaut euch sonst das Video nochmal an. Und wir gehen weiter auf diese drei Trades. Habgierig, Architekt und Administrator. Und als erstes schauen wir uns den Tree zu habgierig an. Zunächst mal die Schwerpunkte. Wir haben einfach 10% mehr Einnahmen, was ganz cool ist. Gerade wenn ihr 10 Gold zum Beispiel im Monat habt, bekommt ihr dann 12 Gold. Kann man mitnehmen. Ich gehe meistens auf das zweite Schwerpunkt auf Domäne. Einfach drei Verwaltungen. Alle sechs Verwaltungen, denkt dran, kriegt ihr eine Domäne. Also habt ihr 0,5 Domäne dazu. Sehr, sehr cool. Kann ich euch nur empfehlen, weil ihr dadurch halt mal eine Domäne mehr bekommt. Müsst nur mal ein bisschen Mathematik machen. Also durch sechs Teilen und überlegen, lohnt es sich das jetzt auf drei zu gehen oder eher auf die 10% Gold pro Monat. Das nächste nehme ich nicht. Schwerpunkt auf Pflicht. Agenten werden weniger gegen euch annehmen, gegen euch irgendwie zu gucken, einen Club-Lot zu machen oder sowas. Bei seinen Fraktionsbindungen ist weniger. Das heißt, die Fraktionen werden sich schnell auflösen, was ganz cool ist. Hat in der Militär schon mal sowas drin. Hier finden wir es einfach flat mit einem Schwerpunkt. Ganz nett. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, ich brauche diese drei Verwaltungen nicht, sondern eine reicht mir schon, dann würde diese Pflicht euch ja helfen. Und ihr kriegt eben noch diese extra Boni. Ich finde trotzdem, Domäne ist da besser. Es sind alles drei keine überspektakulären Dinge, wie bei Kriegskunst zum Beispiel, wo man fünf Vorteile kriegt, was einfach 50% mehr Schaden bedeutet. Es sind nette Dinge, wo man durch einen Domäne mehr bekommen kann und damit ja seine Macht deutlich steigern kann. Habgierig startet direkt mit einem sehr guten Trade, nämlich goldene Pflicht. Ihr könnt für Druckmittel Bezahlung Verlangen benutzen. Das bedeutet, habt ihr verschiedene Druckmittel erhalten, könnt ihr hier über Bezahlung Verlangen Geld bekommen. Zum Beispiel hier euer Enkelprinz so und so, hier wird euch 50 Gold geben. Generell kann man dazu schon mal sagen, warum unser Enkel das jetzt gibt. Entweder gebt ihr den Titel oder weil ihr einfach schon das Haus Oberhaupt seid, bekommt ihr eh schon mal die Chance, dieses Geld zu bekommen. Sehr, 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 ich kann es wirklich nicht weniger betonen, sehr starker Trade. Ich habe es ja schon mal im Tipp-Video verwurzelt, schaut es euch gerne mal an. Ihr könnt da mit gewissen Sachen halt konstant eigentlich Geld produzieren, was eben diesen Tree auch ausmacht. Habgierig geht alles darum, euch Geld zu produzieren. Und das fängt halt sehr stark an. Also selbst wenn ihr sagt, ich wollte nur ein, zwei Trades hier reinsetzen, seid ihr hier auf einem guten Weg. Und dann gehen wir nach rechts zu Es ist meine Domäne und damit habt ihr den zweiten extrem starken Trade, den ihr eigentlich mit jedem Charakter mitnehmen solltet. Wenn ihr überlegt, warum macht der Omni das immer so stark und ist so krass, es ist maßgeblich aus diesen Trades heraus, die wir hier finden. Und gerade Es ist meine Domäne gibt euch einen konstanten Geldfluss, den ihr dringend braucht, um euer Gebiet auszubauen und eure Entwicklung zu pushen. Es ist essentiell, diesen Trade mitzunehmen. Es ist meine Domäne, ergibt die Entscheidung, untertan Erpressung. Und das habe ich euch ja auch schon beim Tippvideo gezeigt. Hier, die könnt ihr alle paar Jahre anwenden. Solltet ihr immer mal benachrichtigen lassen, damit ihr es konstant bekommt. Das Geld steigt auch und das ist das krasse, je größer ihr werdet, die mächtige werdet, je weiter die Zeit vorangeschritten ist und je mächtiger euer Vasallen werdet. Da könnt ihr auch schon mal gerne so 1000 Gold oder sowas bei einer Erpressung bekommen. Das ist einfach absolutes, naja, Gold wert. Auf der anderen Seite finden wir auch gute Trades, die aber weniger spektakulär sind. Bei Herrgeld bekommen wir einfach 10% mehr Vasallensteuer. Gut, gibt noch mehr Geld. Sehr, sehr schön. Ergänzt das Ganze sehr gut. Genauso beim Kriegsgewinnler. 10% Flat Einnahmen, also kriegt ihr 10 Gold pro Monat. Oder wie wir jetzt 187 pro Monat. Dann kriegt ihr nochmal 18,79 Gold pro Monat hinzu. Ist also ein sehr guter Trade. Je mehr Geld, desto sinnvoll ist es halt, wenn ihr im Krieg seid. Sehr cool. Herrgeld rechnet sich nicht so um. Da müsst ihr mal genau diese Rechnung sehen. Da müsst ihr bei meiner Stadtstrategie mal vorbeischauen im Video. Da wisst ihr, wie man das aufrechnen kann. Das ist wesentlich weniger, als es jetzt wirkt erstmal. Aber je mehr Vasallen ihr halt habt und je mächtiger ihr sind, desto mehr Geld kriegt ihr natürlich auch daraus. Also auch kein schlechter Trade. Beides auch einfach. Ja, die Trades. Diese Baum macht halt genau das, was er soll. Geld, 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 Geld. Das ist schon mal sehr gut. Detaillierte Hauptbücher. Ihr kriegt mehr Meinung von den Städten und auch mehr auf Steuern von den Städten. Also auch wieder hier, 15% sind nicht flat, sondern wir müssen überlegen, die rechnen sich um. Aber ihr kriegt wesentlich mehr, je mehr Städte ihr habt. Geld bekommt ihr von diesen Städten. Das sind eben eure republikanischen Vasallen. Wenn ihr die sonderrepublikanischen Vasallen habt, dann kriegt ihr eben noch mehr. Ist ja klar. Auch da kann ich wieder auf das Stadtvideo verweisen. Da findet ihr alles dazu, wie ihr so richtig schön die Vasallen auspressen könnt. Und das hört noch nicht auf. Dieser Baum gibt und gibt. Denn wir kommen jetzt zum Lohn der Angst. Kriegsunterhalt per Schrecken. Wenn ihr eine Schreckenstrategie spielt, die auch bei dieser Stadtstrategie mit eingebaut ist, kriegt ihr auch nochmal minus 0,5 pro Schrecken. Habt ihr konstant 100 Schrecken, bezahlt ihr für euer Kriegsvolk 50% weniger. Gerade wenn ihr krasse Kriegsvolke habt, ist es der Trade, der euch absolut eskalieren lässt. An jeder Ecke Geld ist jetzt nicht mein Ding. Aber wenn ihr sagt, ihr spielt irgendwie auf komischer Anspannungsstufen-Strategien, habe ich noch nie gespielt. Ich finde es sehr gefährlich. Meine Charaktere sterben auch so schnell genug. Dann kriegt ihr pro Anspannungsstufe auch nochmal 10%. Einfach monatliche Einnahmen. Also auch krass, wenn ihr auf zweite Stufe das irgendwie balanciert kriegt. Und konstant 20% mehr kriegt. Ja, dann macht es halt. Go for it. Aber ich bin da jetzt nicht der Fan von. Aber ihr könnt eben die 18 Gold, die wir im Event haben, auf 36 erhöhen. Und 36 pro Monat kann schon einiges sein. Je früher, desto schwächer natürlich. Und auch gefährlich, weil ihr eben auch gesundheitliche Probleme bekommt durch diese Anspannungsstufe. Denn jetzt kommen wir zum Um-Jeden-Preis. Domänen-Steuer plus 10%. Also wieder eure Domäne kriegt mehr Steuern raus. Sagen wir mal, ein Gebiet hat 6 Steuern. Gehen wir einfach mal bei uns in einem Beispiel hinein. Wir haben ja wie immer hier dieses nordische Let's Play. Das habe ich ja komplett nur noch dafür verstandelt, euch diese Tutorials oder diese Tierlisten zu geben. Wenn wir jetzt hier reingucken, bei uns würden 22 Steuern bekommen. Dann kriegen wir 10% dazu. Das heißt 2,257 Steuern, die dazukommen. Ist auch eine ziemlich nette Geschichte. Aber das Wichtige ist da unten die Entscheidung Titelverkauf. Habe ich lange irgendwie gezögert, weil ich irgendwie negative Erinnerungen daran hatte. Ist kompletter Quatsch. Ihr müsst das, was wir benutzen. Ihr kriegt einfach nicht 1.500, aber ihr kriegt immer eine ordentliche Summe an Gold. Einziger Nachteil ist dabei, 500 Prestige müsst ihr dafür bezahlen. Ihr solltet schon in der Lage sein, Prestige ausgeben zu können. Und nicht für Kriege oder Traditionen. Sondern wirklich so viel Prestige haben, dass ihr das auch leist könnt. Wenn ihr meine Videos geguckt habt, meine Tipp-Videos. Wenn nicht, guckt mal rein. Dann wisst ihr ja auch, wie ihr dieses Prestige bekommt. Und auch sicher bekommt, sodass ihr das auch euch leisten könnt. Das ist dann auch so, dass dann irgendwas kommt. Ein Pop-up, dann sagt der Versal, hey, du bist blöd oder sonst was. Da gibt es ein paar negative Effekte. Aber meistens geht es nur um, dass man noch ein bisschen Prestige verliert. Ein bisschen Meinung. Also alles nichts besonders krasses oder sonst irgendetwas. Ja, und dann als letztes Habgierig. Das ist natürlich immer relativ easy. Einfach Verwaltung plus 2 und Besitzungssteuern sind nochmal plus 15%. Da ist jetzt hier die Frage, was heißt Domainsteuer? Domainsteuer heißt alles von der Domäne. Besitzungssteuer heißt halt wirklich nur eure Besitztümer. Also Domäne heißt es jetzt auch, wenn ich mir das gesamte Gebiet angucke. Ja, so Kiew hier. Dann würden alles zusammen hier, wenn ich alles zusammenrechne. Das würde erhöht werden. Bei der Besitzungssteuer hieß es nur eure persönliche Besitzung. Also hier das zum Beispiel. Das andere hier zum Beispiel besitzen wir nicht persönlich. So verstehe ich es zumindest. Das ist manchmal ein bisschen kryptisch für mich. Aber ja, es ist trotzdem einfach noch mehr Geld. Und das macht diesen Baum natürlich einfach zu einem absoluten Powerhouse schlechthin. Und hier reden wir von, das ist sowohl im Early-Game als auch im Mid-Game als auch im Late-Game ein Baum. Den sollte man einfach niemals missachten. Ihr merkt es ja, es gibt hier keine komischen Umwege, irgendwelche komischen Sachen, die halbfertig sind oder die ein bisschen angerissen werden. Sondern es geht einfach brutal um Geld. Und dabei halt zwei sehr starke Entscheidungen. Eines ist meine Domäne und um jeden Preis. Und eben noch mit Dual-Nur-Verpflichtung, wenn man es gescheit spielt, noch konstanten Cashflow. Damit sind wir eben bei einem absoluten Super-Tree. Also Lebenswandel benutze ich immer. Ihr benutzt diese Entscheidung auf Cooldown. Für jedes, was ich euch zeige hier am Gameplay oder sonst das, benutze ich diesen Baum. Es gibt wirklich keine Ausnahmen, wo ich den nicht benutzen würde. Ob es jetzt kurz oder langfristig ist, also dass der Charakter es erst später einnimmt, ist eigentlich egal. Aber Verwaltung ist, oder vor allem hier habgierig, ist absolut der beste Baum, den es gibt in meinen Augen. Es gibt noch ein paar, die da ein bisschen rankommen. Aber rein so von seiner Situation her, also es gibt keine Situation, wo es schlecht ist. Es ist immer genial. Und ihr braucht auch immer Kohle. Und je mehr ihr davon halt braucht, desto mehr bekommt ihr auch durch Perks. Die werden ja immer stärker. Und dadurch ist es halt einfach das Beste. Ihr könnt Gebiete damit ausbauen. Ihr könnt eure Macht vermehren damit. Und es macht genau das, was es soll. Deswegen ist es S. Minus S plus. Es ist auf jeden Fall bisher der absolut stärkste Trade, den wir haben können. Ich weiß nicht, ob da überhaupt nochmal einer drankommt. Das muss ich mir selber nochmal überlegen. Aber bisher ist der massiv stärkste. Auch ein Galant hält da auf gar keinen Fall mit. Ich hatte ja gesagt, A minus, äh, A plus bis S. Das hier ist halt deutlich besser. Müsste eigentlich so eine eigene Kategorie haben in meinem Augen. Und dann gehen wir zum Architekt über. Der Architekt. Auch wie der Name sagt, geht es irgendwo um Bauen und andere Dinge. Steuereintreiber ist ganz okay. Steuereintreiber-Effizienz erhöht heißt, wenn euer Ratsverwalter hier auf Steuern steht, dann könnt ihr hier unten ja sehen, dann kriegt ihr ordentlich mehr Domänensteuer, was eine coole Sache ist. Wir können mal einen Unterschied sehen. 187 momentan. Dann sind es 195, das ist ein 8 Gold mehr. Ist ganz nett. Wenn ihr das 25% erhöht habt, könnt ihr auch rechnen. 8 durch 4. Das heißt, ich kriege nochmal 2 dazu. Also wir würden nochmal 2 Gold extra bekommen. Also jetzt nur mal so flat. Muss nicht unbedingt perfekt mathematisch stimmen. Geht nur darum, ja, ist ein netter Trade. Kann man mitnehmen, dass eins, was daran das Problem ist, ist, dass ihr euren Ratsverwalter meistens nicht auf Steuer eintreiben lassen solltet, sondern immer Kultur fördern, also Kulturakzeptanz fördern, um Mischkultur zu bilden, Kultur fördern, um eure eigene Kultur zu verbreiten oder Entwicklung in Gemeinden, weil ihr braucht halt Entwicklung, weil das ist ja dann genau dasselbe wie Geld dazu bekommen. Jede Entwicklung gibt natürlich euch ja mehr Steuern und dadurch ist das eigentlich besser darin gegeben. Deswegen gehe ich sehr, sehr selten auf Steuereintreiber, außer ich will halt den Rest des Baumes benutzen. Rasch behauen ist relativ easy, ihr habt einfach alles an Kosten günstiger und 5% ist nett. Kann man mitnehmen, Kostenreduktionen sind natürlich extrem stark. Ich verweise nur auf Bilderverbot, was ich immer wieder anpreise. Ich habe es jetzt nochmal im Playthrough für ein Video gesehen. Es ist halt einfach lächerlich stark, weil die Gebäude werden sehr teuer, gerade so im Hochmittelalter. Von daher können 5% ausmachen. Es sind aber halt nur 5%. Da gibt es Gebäude, die können selber mehr Prozent machen oder eure Doktrinen halt in der Religion oder andere Fähigkeiten können mehr Reduktion bringen, als eben rasch behauen. Dann aber professionelle Arbeitskräfte genauso. Ja, es ist halt Gebäude-Bauzeitverringern. Wenn ihr unendlich Geld habt, dann ist das cool, dann könnt ihr konstant durchbauen. Aber an sich werdet ihr halt durch den Hofbaumeister eh schon genug Reduktion haben, dass das nicht sehr stark. Warum ihr aber trotzdem diesen rechten Gang immer mitgehen solltet, ist halt Zentralisierung. Denn hier kriegt ihr Entwicklungszuwachs in eurem Reichssitz für 0,3. Wenn wir auf unseren Reichssitz gehen, dann sehen wir immer bei uns zum Beispiel, das ist auch noch nicht sehr stark, von der passt das ganz gut, dass wir nicht sehr viel Plus bekommen. Ihr kriegt natürlich diese ganzen Prozente hier unten. Das sind alles Prozente. Habt ihr aber 0 pro Monat, dann bekommt ihr auch, ja, ich weiß, das ist unglaublich, aber auch bei 600% mehr bekommt ihr noch immer 0. Das heißt, ihr braucht einen Grundwert. Und deswegen ist Zentralisierung sehr stark, weil diese Grundwert, ihr seht, das ist höher als alles andere, was wir bekommen können bisher. Außer eben, wenn der Ratsverwalter hier die Entwicklung pfuscht, das ist noch deutlich höher. Oder ein Gärtner, der momentan leider verwackt ist, der ist natürlich auch nochmal höher. Aber Zentralisierung ist halt da der absolute Mittel, wenn ihr einfach schon mal einen flat Betrag haben wollt und eure 300% auch wirklich zum Arbeiten bringt. Weil dann hättet ihr statt 0,3 0,9. Und das hört sich wenig an, ist aber ein hoher Wert. Gerade für die Anfänge oder gerade wenn man halt kein anderes Mittel hat, ist es extrem, extrem stark. Nach links zurückgegangen, Verteidigungsplanung, ja, gibt es halt eine Festungsstufe. Festungsstufe, die Garnisierung wird höher und ihr könnt Waffenstillstand kaufen, kostet sehr viel, ist in meinen Augen kein besonders guter Perk. Also nimmt man halt irgendwo mit, wenn man nach unten gehen will, weil man will nach unten gehen meistens. Wobei ich da früher sehr oft drauf gegangen bin, kann ich jetzt schon mal sagen, aber mittlerweile weniger. Organisierte Stammesrollen heißt einfach, euer Aufgebot verstärkt sich schneller. Ihr wisst, der Aufgebot ist Schmutz, kann aber hier sterben und wird dann schneller wieder reproduziert. Hier gibt es ja keine richtige Bevölkerungsmechanik. Das heißt, ihr ballert ja eigentlich unendlich Aufgebote raus, solange ihr irgendwie eine Regenationsrate habt. Gerade im Spärzangspiel seid ihr sehr schnell da drin. Braucht ihr eigentlich nicht. Das ist auch kein Problem. Also die linke Seite ist halt eher, naja. Deswegen bin ich da auch meistens mit weggegangen. Ähnlich mit beliebter Garnisierungsfigur. Ganz ehrlich, wenn die Bauern Aufstand planen, dann haue ich denen halt die Fresse blutig. Da bin ich doch ganz froh drüber, immer ein bisschen sportliche Übungen haben. Wenn ich sowieso schon so wenig Bewegung bekomme, wenn ich Crusader Kings spiele, dann mache ich das doch gerne. Bauern jagen, macht Spaß. Und deswegen ist Volksmeinung, naja, könnt ihr mitnehmen, wenn ihr wollt. Ich finde es total sinnlos. Aber jetzt, und das ist der Grund, warum ihr eigentlich hier drauf geht, und ich glaube, das sind die meisten, die hier wissen, warum Architekt doch gut ist, ist aus geteilter Aufmerksamkeit. Zwei Domänen Schwellen. Ihr wisst, was Domänen Schwelle bedeutet. Es heißt, absolute, pure, ungenädige Macht. Je mehr ihr davon habt und je mehr ihr Algen halten könnt, desto besser. Was mein Problem damit ist, warum ich da mittlerweile nicht mehr so drauf gehe, weil ihr wolltet ja immer so ein paar Tipps auch haben. Die Sache ist halt, ihr müsst auch immer wieder hinkommen. Und wenn ihr Kind gerade neu kommt, also euer Herrscher gerade neu aufgestanden ist, und hat noch nichts wirklich erreicht, vielleicht auch noch jung ist oder auch einen anderen Schwerpunkt hat, dann kommt ihr da nicht so schnell hin. Und ihr müsst halt diese drei Perks, vier Perks hier von der linken Seite nehmen, die nicht so toll sind. Und dann seid ihr oft dann in der Problematik, dass ihr immer dahinter herrennt, diese zwei Domänen Schwellen zu kriegen. Dann müsst ihr eure Prozente halt unendlich nach vorne bringen oder halt tausend Reisen machen, damit ihr das wirklich immer hinbekommt, das nebenbei so noch mitzukriegen. Ich finde, es ist super stark, super. Also es ist wirklich ein genialer Perk, aber es ist sehr viel Arbeit, um da hinzukommen. Und man läuft ihm meistens hinterher und dadurch geht so ein bisschen Spielspaß verloren oder eher das Potenzial verloren, andere Dinge anzugehen. Deswegen akzeptiere ich meist immer, okay, ich habe die zwei weniger, die zwei Schwellen weniger und kann dann trotzdem noch vielleicht zehn halten statt zwölf. Das passt dann auch. Und dann haben wir als letztes noch Architekt. Der ist sehr cool, weil hier seht ihr Gebäudebauzeit weniger. Nochmal, das interessiert ihr eigentlich nicht so wirklich, aber vor allem Gebäudebaukosten minus zehn Prozent, Besitzungskosten minus zehn Prozent und Wohnsitz, wenn er jetzt im administrativen Reich spielt, auch minus zehn Prozent. Sehr cooler Trade, einfach zwei Verwaltung noch dazu. Sehr stark, deswegen die beiden hier unten sind sehr gut, plus dieser hier, das sind eigentlich die besten. Rush Barron kann man halt mitnehmen. Und das sind die drei Trades, die essentiell dabei sind. Ich gehe meistens nur die drei hier durch, aber die, wenn er sagt, ich will da All-In gehen, dann nimmt die beiden definitiv mit und dann seid ihr hier mit der Dreierlinie auch noch in einer ganz okayen Richtung. Dementsprechend haben wir beim Architekten einen sehr starken Trade, einfach schon wegen der Domänenschwelle, aber der so ein bisschen belästigt wird, verringert wird dadurch, dass eben diese Trades, ja dazwischen sind die nicht so toll sind, die einfach belanglos sind. Da würde ich sagen, gehen wir auf einer Stufe ungefähr mit einem Diplomaten. Der Diplomat hat halt schon mehr so seine Szenerie, seine Idee, hat halt auch diese Kriegsgründe, wenn man zwischen kreaturisch spielt und nicht reformieren kann, kann man da sehr gut auch Kriegsgründe finden. Man hat verschiedenste Optionen, die da durchaus möglich sind. Ich denke, dass der Architekt schon stärker ist, weil es einfach diese zwei Domänenschwellen können halt ein kompletter Game Changer sein. Gerade wenn ihr einigermaßen lange Leute leben, lange leben könnt mit eurem Herrscher. Das ist sehr, sehr stark. Deswegen muss ja eigentlich bei eigen gerechnet werden, ist es besser als halt das, was wir unten haben. Ob das jetzt hier vorne hinten ist, ist eigentlich relativ egal. Der Architekt ist einfach durch Architekt selber und eben Domänenschwellen und die Zentralisierung ein extrem starker Perl. Und dann kommen wir zum letzten Administrator. Wir hatten viel, viel, viel Freude mit dem Verwaltungsbaum. Jetzt gucken wir mal, ob das beim Administrator auch so bleibt. Erstmal muss ich das erste Wort hier aussprechen können. Meritokratie. Natürlich, wusste ich. Habe ich nicht zweimal aufnehmen müssen. Höflich und Gastmeinung plus 15. Ja, dann könntest du halt die Gäste besser einladen. Und wir können Thronenanspruch komplett gegen euren Lehnzern machen. Das ist eigentlich nur dafür gut. Wenn ihr einen Thronenanspruch unbedingt haben wollt auf euren Lehnzern, dann könnt ihr den Thronen übernehmen. Dafür ist es cool. Für alle anderen Gelegenheiten total nutzlos. Ketten der Treue. Phasenlänge für Spracherwerb. Schneller. Total nutzlos. Heimische Angelegenheiten finden wir beim Ratskanzler. Das wäre hier, dass das nie automatisch selbst angewählt ist und gibt dann eben ein bisschen mehr Meinung dazu. Und das würde halt dadurch erhöht werden. Auch relativ schwach gehört eher an den Diplomatiebaum in meinen Augen. Liebenswert. Wir gehen erstmal die linke und dann die rechte Seite durch. Der Vasal mag uns mehr oder unser Lehnzern mag uns mehr. 10 und 20. Relativ belanglos. Also vor allem verglichen mit den anderen Bäumen, die wir schon auch in den anderen Videos vorgestellt haben. Position der Macht. Eure Ratsmitglieder mögen euch mehr. Ja. Total nutzlos. Großaufgebote. Vasallenaufgebot. Beitrag. Also die Vasallen, was sie euch geben, können wir bei uns mal gucken, bei diesem Riesenreich hier. Was gibt uns denn so ein Vasal? Hier. Da gibt es 980. Jetzt kriegen wir 20% mehr. Sagen wir mal, es wären 1000, kriegen wir 200 Aufgebote mehr. Aufgebote sind kompletter Schmutz. Dementsprechend ist auch dieser Trade nicht super cool. Er ist halt bei unserem Riesenreich jetzt eigentlich stark, weil wir kriegen sehr viel 1000 dazu. Aber es sind nochmal Aufgebote erstens. Und zweitens, beim kleinen Reich wird es halt dann sich um 50 Aufgebote handeln. Und das bringt halt einfach nichts. Weil vergeben, wenn ihr viel Tyrannei beim Ballert, dann kriegt ihr dadurch weniger. Auch viel zu schwach allein in meinen Augen. Wer geht denn da hin und sagt, ich habe jetzt diesen Trade, jetzt haue ich nur noch Tyrannei raus. Sehr schwacher Trade. Auf Linie. Eure Vasallen schließen sich weniger wahrscheinlich Unabhängigkeitsfraktion an. Das finde ich eigentlich ganz nett. Kommt aber eben viel zu spät und müsste noch irgendeinen anderen Bonus zu geben. Irgendwas, was Geld bringt. Irgendwas, was vielleicht liebenswert und auf Linie auf einem Ding. Also das ist das Zusammenwärme. Das wäre vielleicht sinnvoll. Dann wäre es ein guter Tree. Die haben auch im Patch hier gar nichts geändert. Die haben wir viel geändert, aber hier halt nicht, soweit ich das sehe. Und ja, dadurch ist auch der Trade nett. Nett, aber nicht sehr gut. Erhabener Dienst. Dann haben wir mächtiger Vasallen Ratsmitgliedsteuer. Also nur wenn die mächtigen Vasallen im Rat sind, dann kriegt ihr mehr Steuern dadurch. Aber auch wieder dieses Prozentuale. Wo ich glaube, es sind sogar Flat-Prozentuale. Also das, was wir eben wieder erklärt haben. Guckst du an, wenn er 10 kriegt. Also 10 Gold gibt. Kriegst du 2 mehr. Gibt er 1000 Aufgebote. Gibt er 200 mehr. Ja, dementsprechend ganz nett. Aber die müssen halt auch im Rat sein. Wenn das jemand ist mit gar keinen Werten, bringt euch das nichts. Ich gucke nie nach mächtigen Vasallen. Und ich kann das auch euch nicht empfehlen. Nur wenn ihr wirklich gerade erst auf dem Thron seid. Ihr seht es hier. Wie viele mächtige Vasallen habe ich drin? Einen. Weil er 25 Wert hat. Der Wert ist mehr wert als die Meinung meistens. Außer ihr seid wirklich in der Not, irgendeine Fraktion auflösen zu müssen. Dann macht ihr das halt kurz. Dann haut ihr den kurz mal rein. Ich schmeiße sie nachher aber wieder raus, wenn er einen besseren hat. Das heißt, auch das bringt nicht so viel. Keine Anweisungen habt. Das ist da noch eine Änderung. Wir können ja Anweisungen jetzt geben. So von wegen Bekehr doch mal und sowas. Ja, ist halt nett. Benutze ich halt ehrlich gesagt kaum, weil ich halt meistens über mein Reichs mich selber kontrolliere. Aber es ist auf jeden Fall eine nette Sache. Dann kann man das auf jeden Fall garantieren, dass die Sachen machen in deinem Sinne. Aber für diesen Trade ganz unten im Baum, naja. Und dann haben wir den Administrator. Einen Diplomatie, drei Verwaltungen. Meinung von Vasallen. Einen solchen Widerstand. Ja, kann man halt mitnehmen, wenn man mit solchen spielt. Und auch nochmal Meinung speziell von den parochialen Vasallen nochmal mehr. Sag mal 15 plus C sind 25 insgesamt bei diesem Baum. Ist das so ein bisschen Mischung aus Diplomatie, Geld, Militär, weil Aufgebot auch irgendwie einzeln dabei ist. So ein bisschen schwierig irgendwo, weil es nicht so richtig Identität findet. Dann hat es halt oben einen coolen Komplott. Das ist auch das Einzige, was man eigentlich mitnehmen würde, wenn überhaupt. Wenn man als Vasall spielt. Und der Rest, ja, der ist dann halt einfach nicht mehr so stark. Und dementsprechend sind wir hier zurück. Und ich finde, der Administrator ist einfach kacke. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob man wirklich die jetzt sagen will. Vielleicht ist es einfach nur meine Abneigung gegenüber dem. Aber wenn ich jetzt so erlaucht mir anschaue, da kriegst du wenigstens massiv Prestige. Overseer, also Aufseher. Da kriegst du halt massiv Kontrolle dazu. Du kannst halt Armee günstiger machen, was ja schon cool ist. Was ich auch falsch eingeschätzt habe. Man kriegt ja auch die Kriegsvölker, wenn sie ausgehoben sind, dann auch weniger Geld. Was ganz cool ist. Also da kriegt ihr schon auch Gold nochmal verringert. Kann man mitnehmen. Aber hier das, ich weiß nicht, was für eine Existenzberechtigung der Administrator hat. Gerade im Vergleich mit diesen beiden Trades, die so gut sind, weiß ich halt nicht, was ich damit anfangen soll. Für mich ist dieser Trade einfach kompletter Schrott. Ihr könnt mir gerne selber natürlich sagen, was ihr dazu sagt. Außer halt der Tonanspruch. Also bevor jetzt jemand sagt, hey, vergiss nicht den Komplott. Der Komplott ist natürlich super mächtig. Wenn ihr mal ein Reich übernehmen wollt und so was, ist das cool. Mache ich auch manchmal. Aber ist jetzt nicht, zum Beispiel mit einem Incest-Video, könnt ihr euch gerne angucken. Habe ich das auch gemacht. Da habe ich den Reichanspruch dadurch bekommen, weil ich diesen Trade bekommen habe. Das ist dann cool. Aber der Rest ist halt wirklich einfach nur schlecht. Verglichen vor allem mit den anderen Trades und Trades, die noch kommen werden und die wir schon besprochen haben, ist das einfach ein sehr, sehr schlechter Trade. Und da kann ich mich auch einfach nicht hinreißen, irgendwas besser zu sehen. Ich versuche zu sehen, was daran gut ist. Aber ich kann es mir einfach nicht denken. Ja, und das war es dann schon mit Verwaltung. Das ist der stärkste Lebenswandelbaum, den wir bisher hatten. Das auf jeden Fall. Und ich meine auch mit Abstand. Einfach weil habgierig. Ist halt ein so guter Lebenswandelbaum. Schon dann die ersten zwei Fähigkeiten mit Goldenpflichten und Vasallen erpressen ist halt genial. Es ist einfach der beste Baum, den wir bisher hatten. Da kommt nur noch wenig dran, was da noch kommen wird. Das kann ich auch schon mal spoilern. Es gibt schon noch welche, die da sehr nah dran sind, aber mehr situativ sind vielleicht. Aber abgierig ist einfach immer. Spielt es im Early, im Mid, im Elite-Game. Benutzt die Entscheidungen. Benutzt die, wie heißen sie, Hooks, die gefallen. Und guckt, dass ihr damit unendlich Geld produziert, um eure Gebäude auszubauen. Und dann könnt ihr mit Architekten noch ein bisschen ergänzen. Das ist einfach absolut genial. Ja.